Bei CapTrader zu Gast, Herbert Thomas. Willkommen, Herbert. Herzlich willkommen. Ja, und jahrzehntelange Börsenerfahrung habe ich hier vor mir sitzen. Darauf kommen wir zu sprechen. Fangen wir doch direkt mal das Spannende an. James Bond hatte License to Kill. Du hattest mal mit Nokia License to Steel. License to Steel, ja, ist so ein geflügendes Wort. Marketmaking war früher tatsächlich so ein bisschen License to Steel, aus dem ganz einfachen Grund, weil sowohl die Kenntnisse der verschiedenen Marktteilnehmer oder von manchen Marktteilnehmern waren noch nicht so hoch und die Regularien waren noch nicht so streng. Also als das losging mit Derivatebörse etc. oder DTB seinerzeit, Deutsche Terminbörse, waren die Regeln wirklich am Anfang rudimentär. Das heißt, man hatte noch wesentlich mehr Möglichkeiten. Es gab noch nicht so viele andere Marketmaker, wie es heute gibt. Alles Elektronisches. Dementsprechend haben sich da natürlich Möglichkeiten geboten, eine Arbitrage aufzusetzen, gerade mit den verschiedenen Börsenplätzen. Also ich habe das seine Zeit eben, du hast es gesagt, in der Nokia gemacht. Dort war es so, da hat man auf einer Seite die Parkettbörse in Frankfurt gehabt und hatte die Börse in Helsinki, plus hatte man noch Xetra, also das elektronische Handelssystem von der deutschen Börse, plus hatten wir die Optionen noch dazu. Und das war natürlich ein, wie soll ich sagen, ein Eldorado. Für Leute, die sich damit seine Zeit auskannen und wussten, wie das funktioniert. Und zudem war Nokia zu dieser Zeit auch mehr oder weniger ein perfektes Instrument dafür. Heute ist das natürlich alles ein bisschen anders, aber seine Zeit war es sehr schön. Ja, so mancher Zuschauer wundert sich jetzt, Helsinki, so what, Frankfurt auch, aber wo war die Arbitrage? Oder erklär mal die Arbitrage da ein bisschen genauer. Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Also Arbitrage zu erklären, das Ausnutzen von Preisdifferenzen an verschiedenen Marktplätzen zur gleichen Zeit. Das ist im Prinzip die Schulbuchdefinition einer Arbitrage. Und damals war das eben so aufgrund, dass man die verschiedenen Börsenplätze zur Verfügung hatte und der elektronische Handel im Anfang war, das heißt im Prinzip nur bei uns auf der Optionsseite, auf dem Parkett in Frankfurt gab es eben noch keinen elektronischen Handel. Das war noch Telefonhandel, mehr oder weniger. Das heißt, man hat dort angerufen und hat gefragt, hey, wie ist die Nokia bei dir? Und dann hat er gesagt, drei zu vier. Und in Helsinki war es vielleicht fünf zu sechs zum Beispiel. Und dann hat man eben in Frankfurt gekauft und in Helsinki verkauft. Und zwischendurch konnte man vielleicht noch was in den Optionen machen. Oder eben auf Xetra. Und so ist die Arbitrage entstanden. Das war ein extrem aufwendiger Handel. Also wahnsinnig viel pro Tag. Eigentlich dauernd, aber extremst lukrativ. Und je weiter der elektronische Handel fortgeschritten ist und desto mehr Leute in diesem Umfeld, wie soll ich sagen, geschult wurden, wurde das auch immer schwieriger. Und mittlerweile ist es so, dass fast alles komplett elektronisch ist. Es gibt sogenannte Electronic Eyes, nennt sich das, und Quot Machines. Heutzutage, das ist natürlich toll auch für den Kunden, gibt es fast keine Arbitrage mehr. Also zumindest nicht mit dem menschlichen Auge erkennbar. Und dementsprechend haben wir in der Eurex, oder jetzt hier auch bei uns im deutschen Finanzmarkt, ein extrem faires Pricing. Also aus Kundensicht ist es super, so wie es jetzt ist. Voll elektronisch. Ja, du hattest damals auch noch mehr Variable. In Finnland hattest du die eigene Währung gehabt. Euro gab es damals noch nicht. Da gab es ja bestimmt auch noch mal. Da musste man auch noch ein bisschen nachdenken. Richtig, richtig. War einiges zu tun, aber im Prinzip kein Ding. Also es wurde alles im Backoffice gemacht. Und man hatte Tabellen seinerzeit, wie das lief. Und war eigentlich kein Problem. Also ging problemlos. Und Parkethandel hat, die Zuschauer kennen das wahrscheinlich nur noch von Bildern, wie es damals war. Das war ja viel wuseliger als jetzt. Jetzt ist das glaube ich nur noch Show, oder? Jetzt ist es mehr oder weniger, also sowohl in Frankfurt als auch auf anderen Börsen, ist es mehr oder weniger ein Fernsehstudio. Ja, also 98 Prozent meines Erachtens. Ja, doch, ich meine 98 Prozent, hätte ich letztens nachgeschaut, ist voll elektronisch und wird elektronisch gehandelt. Und natürlich am Parkett, teilweise in den Nebenwerten, ist noch ein bisschen Volumen. Ja, aber alles, was größere Sachen sind oder in den großen DAX-Werten oder in den Optionen, sowieso ist eh alles voll elektronisch über die Eurex. An der Börse seinerzeit war es noch ein bisschen menschlicher, sage ich mal. Ja, man hat mit dem Counterpart, also mit dem Kontrahenten gesprochen und hat dann auch am nächsten Tag die Abstimmung zusammen, wenn irgendwo was schiefgelaufen ist, hat man den Fehler ausgelotet. Hey, war es deine Schuld, meine Schuld? Macht nichts, komm, halbe, halbe, weiter geht's. Ja, und so war das ein wesentlich angenehmeres Geschäft, in Anführungsstrichen, dahingehend, dass jeder kannte jeden. Ja, es war alles eine große Familie, will ich mal sagen. Und es hat dementsprechend super funktioniert. Mittlerweile ist der Markt wesentlich größer und natürlich dementsprechend auch anonymer. Also ich kenne nicht mehr die Händler, die jetzt da irgendwo bei der Bank am Tisch sitzen. Das ist halt mittlerweile anders. Andere Generation, würde ich mal sagen, auch eine andere Mentalität von Händlern, muss man natürlich auch sagen. Ja, die Welt hat sich ja nach schlicht und greifend weiterentwickelt. Du hast gerade Fehler oder die Abstimmung am nächsten Tag besprochen oder am gleichen Abend. Das kam ja daher, du bist ja da hingegangen, hast dir mal irgendwas zugerufen und hat gesagt, da und da der Preis, der hat das sich aufgeschrieben auf einen Zettel und dann hast du aber was anderes gehört und die Zettel entsprachen nicht mehr, also die waren nicht konform zueinander. Ja, also genau, um das Beispiel mal aufzugreifen, der Makler hat es in sein Buch geschrieben und wir als Händler hatten eben auch eins. Und dann hat man, jeder hat eine Kassenvereinsnummer, so hieß das, gehabt. Und dann hat man halt eben reingeschrieben, ich habe 10.000 Deutsche von dem Makler XY gekauft und habe das bei mir reingeschrieben. Und dann hat man später das Buch ins Backoffice gegeben, also in die Clearingstelle. Die haben das gebucht, diese Trades und der Makler hat die Gegenseite gebucht. Und am nächsten Tag hat man sowas wie Kontoauszüge, wenn wir das mal im Allgemeinen bekommen. Das waren so Kontrollisten, hieß das. Und dort musste man dann eben abstimmen, ob alle Geschäfte gematcht haben. Und wenn nicht, dann hat man eben das Backoffice von dem Kontrahenten angerufen und hat gesagt, hier pass auf, die und die Schlussnote fehlt oder da ist was falsch abgerechnet und so weiter und so fort. Und wenn es sich das nicht auf diesem Wege klären ließt, hat man es später in der Börse mit dem Makler direkt gemacht. Und so hat man dann immer einen Konsens gefunden, eine Lösung gefunden und dann ging es einfach weiter. Also noch richtig handmade. Ja, und du hast im Vorgespräch erwähnt, New Yorker Börse, zwar nicht aktiv, aber war es oft schon da. Ja. Das auf alten Bildern können wir mal einblenden, wie das da aussah. Das ist ja eine Riesenmenschenmenge. Ja. Jetzt kennen wir nur noch den Markus Koch vom Fernsehen, wie er da vorsteht. Und du meinst, das war früher auch nur ein Raum von mehreren. Ja, es waren fünf Räume früher, wesentlich größer. Und da, wo der Markus jetzt steht, das ist so ein Kreuz auf dem Boden, wo er dann auch immer in die Kamera spricht. Und da geht tatsächlich auch noch ein bisschen Geschäft, keine Frage. Aber auch hier ist der elektronische Anteil steigt rasant. Und gerade auch im Optionsbereich, da gibt es mittlerweile, ist hinten noch ein kleiner Raum, wo halt noch ein paar Optionsleute stehen und handeln, also elektronisch, ja, also Geschäft ausführen. Aber für schwindend gering, ja, tatsächlich. Und die Seaboard in Chicago hast du auch noch mitgenommen? Genau, da haben wir Ausbildung gehabt, richtig, ja. Weil du sprichst da immer im Pit stehen oder irgendwie sowas, ne? Ja, im Pit stehen, das ist der Pit. Wahnsinnig interessant, ja, wie das dort früher aussah. Und ich durfte ja lernen, also ich habe die Ausbildung beim International Trading Institute in Chicago machen dürfen, seitens der Bank von damals. Und dort waren wir eben auch an der Börse und durften dort handeln, ausbildungsmäßig. Extrem interessant und, wie soll ich sagen, faszinierend, das ist einfach eine andere Liga, wie gut diese Jungs seinerzeit waren schon. Weil eben das ganze Optionsgeschäft oder Derivategeschäft gab es eben in Amerika 20 Jahre oder 25 Jahre vorher schon. Und dementsprechend haben die eben diese Erfahrung schon gehabt. Und für mich war es eine extrem lehrreiche Zeit. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das machen durfte dort. Hast du ein Beispiel dafür, wie gut die Jungs da sind? Ja, also eine Erfahrung dort während der Ausbildung war, es war ja auch noch halbelektronisch seinerzeit. Das heißt, da steht dann ein Broker und wird anrufen, kriegt den Anruf vom Kunden. Er braucht den und den Spread. Und auf der anderen Seite saßen drei Market Maker. Und die haben wirklich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden den identischen Quot rausgerufen. Und das hat mich so derartig beeindruckt, in welcher Geschwindigkeit, die das seinerzeit noch manuell gemacht haben. Also wir hatten sowola Sheets. Also das, was heute im Options Trader wunderbar, was uns alles angezeigt wird, gab es damals auch auf Sheets. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mega interessant und sehr beeindruckend. Und dementsprechend diese Qualität von Wissen, die man dort vermittelt bekommen hat. Das war gigantisch. Du hast Market Maker schon mehrfach erwähnt. Ja. Einige Zuschauer werden sich darunter nicht wirklich was vorstellen können. Erzähl mal. Ja, Market Making, wie der Name schon sagt. Also das heißt, die Market Maker von Banken oder von Handelshäusern sind dafür zuständig, Liquidität für den Markt zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Market Maker für den DAX bin, für den ODAX, für die Optionen auf dem deutschen Markt, dann muss ich dauernd Liquidität oder Quotes, Preise für dieses Produkt zur Verfügung stellen im Börsensystem. Dafür, dass ich das tue, muss ich bei der Börse weniger Gebühren bezahlen. Das ist das Geschäft von einem Market Maker. So, und der Market Maker ist dann auch nur für sein Produkt zuständig. In der Praxis lief das so. Jeder Market Maker hat vielleicht, und bei uns war das so vier oder fünf Aktien gehabt, für die er zuständig war. Und den Index hat jemand extra gemacht. Also, weil es halt ein größeres Produkt war. Das ist Market Maker. Und du machst eigentlich nur, du stellst Liquidität zur Verfügung für eben Quote-Requests, so nennt sich das, die im System kommen. Oder für das eigene Sales-Team, die dich anrufen und sagen, hey, ich brauche mal ein Quote für die und die Optionen oder das und das, für das Produkt. Oder auch externe Broker, die anrufen oder andere Banken. Da gab es dann so einen Interbankenhandel. Dann hat man quasi da unter sich so gehandelt. Und das war im Prinzip das Market Maker. Natürlich hatte man auch Risikomanagement. Natürlich lang nicht so gut oder so effizient, wie das heute ist, sondern eher mit, wie soll ich sagen, mit Limiten, mit Geldlinien, wie viel man denn zur Verfügung hatte oder was man denn verwenden durfte. Und wenn es da dann kritisch wurde, ist man eben zum Handelschef seinerzeit und hat ihm gesagt, hey, pass auf, ich bin am Limit. Wie sieht es denn aus, was wir machen? Und dann hat der halt entschieden, wie es weitergeht. Wie sehe denn eine Welt ohne Market Maker denn aus, wenn ich so eine Waldwiesen-AG hätte, meine zehn Aktien als Kleinanleger und würde die verkaufen wollen ohne Market Maker? Ja, schwierig. Das sieht man heute, also kann man eigentlich heute noch, wenn man zum Beispiel so Nebenwerte hat, sich darin bewegt, wo nicht so viel Liquidität ist, wo es dann auch weniger Market Maker gibt. Das heißt, dann kriegt man logischerweise schlechtere Preise oder es dauert länger, bis die Order ausgeführt ist, bis man jemanden gefunden hat, der die Gegenseite machen will. In den liquiden Märkten ist es ja, wie soll ich sagen, eine extreme Liquidität, weil es ganz viele Market Maker gibt und natürlich auch ganz viele Kunden oder institutionelle Anleger, die sich in den Produkten bewegen. Und dementsprechend ist die Liquidität so hoch. Und wenn man eben in kleinen, in SDAX-Werten oder so sich bewegt oder teilweise ist es im MDAX schon so, ist die Liquidität durchaus geringer und es dauert länger und es ist schwieriger, vernünftige Preise zu bekommen. Market Maker sind ja quasi ein Garant für gute Preise oder für faire Preise. Und je mehr Market Maker in einem Produkt sind, desto fairer sind die Preise, weil jeder hat ein bisschen anderes Pricing-Modell und dementsprechend werden die Quotes, also die Preise, mehr enger, je mehr Market Maker da sind. Und für den Kunden ist es genial, weil er ein super enges Brett hat und genug Liquidität. Ja, das heißt, jedes Mal, wenn der Kunde draufklickt, kaufen oder verkaufen und wir haben direkt eine Ausführung, dann steht oftmals jemand wie du dahinter. Genau, so ist es. Und wie hat sich das Business geändert? Das ist jetzt heutzutage wahrscheinlich nur Programmierer, nicht? Ja, immer mehr. Immer mehr. Es ist so, wir haben seinerzeit angefangen mit 16 Aktien im DAX, muss ich euch mal vorstellen, und im DAX Future und einem Bund Future. Das waren die Produkte und das heißt, wir haben die Quotes auch noch manuell eingegeben, ganz am Anfang. Mittlerweile, durch die Vielzahl von Produkten, die wir an der Eurex haben, mittlerweile. Und wie soll ich sagen, wahnsinnig viele Optionsserien in jedem Produkt auch. Dementsprechend sind es Maschinen, sogenannte Quoten-Machines heißen die. Und in der Tat, es gibt die heutigen Market Maker, sind sicher mehr Programmierer als klassische Händler. Das auf jeden Fall. Aber anders wäre es auch gar nicht zur Bewertstellung heutzutage. Da gibt es sogenannte Volatility Surfaces, sagt man dem. Das macht man am Abend immer. Und dann sieht man, aha, wie waren denn die VOLA-Kurven der verschiedenen Optionsserien beziehungsweise der verschiedenen Produkte. Und aufgrund dieser Basis fängt man dann am nächsten Tag wieder an und legt diese verschiedenen Optionskurven da drüber. Man sagt genau Smiley's. Das ist auch so ein Begriff, hat vielleicht schon mal der eine oder andere gehört. Das sind diese Volatility Curves. Und dann, das ist vielleicht auch ein Grund, warum man nicht unbedingt als kleiner Tipp für die Anleger nicht unbedingt am Market Opening handeln sollte. Von den warten man in 10 Minuten, Viertelstunde, bis sich die Preise so ein bisschen angeglichen haben. Das ist, bis alle Quoten-Machines laufen, bis alle wieder ihre Modelle adjustiert haben und dann haben wir einen vernünftigen Markt. Ich habe mal gelesen, dass gerade bei der Eröffnung sind immer die Privatanleger unterwegs. Gerade am Montag oder so, wenn die da vom Wochenende irgendwie ihr Studium und Analyse abgeschlossen haben, dann direkt bei Markteröffnung rein oder raus. Ja, gut, ich kann es nicht beurteilen, ob das jetzt mit dem Privatanleger so ist, aber ich kann dazu nur abraten. Sei denn, man muss unbedingt eine Position auflösen, sondern ich würde immer warten, mal eben so 15 Minuten, bis alles vernünftig läuft und alle Maschinen auch ordentlich laufen. Wenn wir schon dabei sind, würdest du denn eine Position schließen? Eher so zum Ende hin oder wann machst du das? Du meinst, du meinst Optionspositionen? Nee, aber Aktien. Wenn du irgendwie, du hast einen Trade laufen am Freitag. Ach so, am Freitag. Ja gut, da ist es, dann gibt es vielleicht eine ganz lustige Story dazu. Und zwar in New York, an der Börse auch. Da ist es so, ganz viele Händler wohnen in New Jersey auf der anderen Seite. Und, also speziell nach 9-11 war das so, die sind alle mehr oder weniger da rübergezogen und arbeiten aber in Manhattan. Und dann gibt es das sogenannte Party Boat. Nach Market Close rennen alle aufs Schiff und fahren mit der Fähre rüber nach New Jersey. Dauert 20 Minuten etwa, aber das ist unglaublich, was auf diesem Boot abgeht. Ja, das ist einfach, die sind alle, da fällt die ganze Last der Handelswoche quasi ab und dann dringen die halt da ein. Also Wolf of Wall Street, ja? Also, ja, würde ich jetzt nicht so, aber es ist verrückt, verrückte Welt einfach. Aber zum Thema Positionen schließen, ja, halbe Stunde vor Schluss geht das meistens los, dass man sagt, okay, die Leute, die sich glattstellen wollen oder müssen, die sagen dann, hey, wir gehen mal raus, das ist in der Position, weil kurz vor Marketschluss geht natürlich auch, geht die Liquidität eben raus, weil auch die Quoten-Machines fahren runter, so Step by Step. Spreads werden weiter, weil eben keiner mehr was Großes fangen will, weil dann alle wollen nur noch so ein bisschen Positionen, Adjustments machen. Das ist im Prinzip der Hintergrund der Geschichte. Und natürlich, sobald es klingelt, will jeder ins Wochenende werden. Also das ist dann schon, ist einfach eine interessante Szenerie, die da abgeht. Du hast ja noch erlebt, die gute alte Zeit, was mit Parkethandel, was vermisst du denn am meisten oder was schätzt du am meisten an der Zeit, dass es nicht mehr gibt? Ja, also, wie soll ich sagen, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, einmal die Menschlichkeit und dass jeder jeden kannte, das war sehr schön, das hat gepasst. Und man muss sich auch mal vorstellen, die, in Anführungsstrichen, die Arbeitszeiten. Ja, wir hatten ja zu der Zeit, in der ich gehandelt habe, hatten wir Börsenzeit in Frankfurt von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Und in dieser Zeit haben wir trotzdem dieses Riesenvolumen immer gefahren. Und davor und danach, also nicht so, dass wir da nichts gemacht haben, sondern klar, davor hat man eine Abstimmung gemacht und danach hat man eben auch noch Gespräche geführt, mit anderen Marktteilnehmern ist irgendwo noch was zusammen essen gegangen und ist dann noch in die Bank und hat noch weitere Analysen etc. gemacht. Aber, wie soll ich sagen, es war eine andere Welt als in der Zeit, wo das elektronische Handel, oder wo der elektronische Handel losging, haben wir auf einmal morgens um 8 Uhr Market Opening gehabt im Future. Und teilweise ging es am Anfang schon bis 17.30 Uhr und dann bis 22 Uhr. Und mittlerweile haben wir mehr oder weniger fast 24.7 Uhr im Future, wo wir handeln können über Klobecks. Das ist auch ein kleiner Unterbruch, wo eben das Clearing stattfindet. Und das ist schon Wahnsinn von der Belastung her. Aber grundsätzlich, wie soll ich sagen, der Fortschritt, ja, elektronischer Handel ist definitiv besser. Maschinen machen keine Fehler, die sind nicht krank, die wollen keine Ferien. Funktioniert einfach. Von der persönlichen, von der menschlichen Seite hat es mir auf dem Parkett halt schon besser gefallen. Und mehrere Stunden oder wenige Stunden auf höchstem Niveau, höchste Konzentration. Wenn man dann mit einzelnen Werten zu tun hat, weil Market Maker für einzelne Werte, kriegt man dann ein Gespür, okay, jetzt bewegt sich der Kurs wahrscheinlich in die Richtung und liegt man da zu 90 Prozent immer richtig. Gibt es so etwas? Ja, ein Gespür auf jeden Fall. Ja, es ist auch so, dass dem einen liegen die Aktien, dem anderen die anderen. Das haben wir auch so ein bisschen aufgeteilt seinerzeit schon, wenn man gemerkt hat, dass jemand mit der einen Aktie vielleicht ein bisschen besser zurecht, als mit der anderen. Also früher, die Königsklasse war so ein bisschen der VW-Market Maker, weil es zu der Zeit eine extrem schwierige Aktie war. Und das konnten irgendwie auch nur manche. Und da hat man gewusst, okay, der ist da gut dafür, der macht der VW und solche Geschichten. Aber von der Belastung her, was du sagst, es war teilweise so, wenn du in der Taunus-Erlage in Frankfurt, wo die Deutsche Bank ist, in die S-Bahn gestiegen bist und am Hauptbahnhof hast du schon tief geschlafen. Ja, weil du warst einfach fix und fertig. Das ist auch ein Job, den kannst du ein paar Jahre machen, meines Erachtens, wenn du jung bist. Ich könnte es jetzt heute nicht mehr, muss ich ganz klar gestehen. Es ist interessant, der Aspekt, dass unterschiedliche Aktien anders reagieren. Das habe ich oftmals gelesen, das ist tatsächlich so, würdest du sagen, das ist so ein Eigenleben. Ja, ja, klar. Wodurch kommt das? Durch diejenigen, die an der Aktie interessiert sind, die Händler da? Oder woher kommt das? Ja, natürlich. Einmal, das ist halt die Community an sich. Ja, so ein bisschen. Du weißt ja schon, wer sich da drin bewegt. Und du sprichst ja auch mit Analysten etc., mit anderen Händlern von anderen Banken, mit anderen Market Makern. Du kriegst so ein bisschen ein Gespür dafür, wie die Aktie sich verhält. Sprichst mit Fondsmanagern. Also es ist schon so ein bisschen, du weißt, in was für eine Richtung es geht so ein bisschen. Kann eine Aktie auch so sein Eigenleben verändern in mehreren Monaten oder mehreren Jahren? Ist eine VW jetzt anders als damals? Ja, definitiv. Definitiv. Ja gut, heute ist alles, wie soll ich sagen, in Anführungsstrichen ein bisschen ruhiger als früher. Das muss man natürlich schon sagen. Gut, es gibt Extreme, wie jetzt, nimm mal eine Tesla oder so. Das ist jetzt wirklich ein Extrembeispiel, die mehr oder weniger ein Eigenleben führt und da Kurskapriolen von führt. Aber ansonsten würde ich sagen, alles ein bisschen entspannter wie früher. Für den Kleinanleger hat es ja auch was Gutes, diese ganze Computer, AI, was da reinkam, dass es eben das Paket nicht mehr gibt. Haben wir jetzt so ein Plain-Level-Field geschaffen für den Kleinanleger? Definitiv, ja. Definitiv. Also ich glaube, es gab noch nie einen besseren oder faireren Markt für Privatanleger als jetzt. Eben durch das Elektronische und vor allem durch die Regulierung. Früher, ganz am Anfang, wir hatten die HÜST, die Handelsüberwachungsstelle, so nennt sich das. Und es gab eine Börsenaufsicht. Und die, also die Handelsüberwachungsstelle war von der Börse an sich, die haben das screened, was da so passiert ist. Und an der Börse hat immer einer der Chefhändler der Banken hat Aufsicht gehabt. So hieß das. Wie ein Schiedsrichter war im Fußballspiel. Wenn es irgendwo Unstimmigkeiten gaben, dann hat man gerufen, Aufsicht. Und dann kam der halt und hat gefragt, was da los ist und dann wurde das Problem gelöst. So und heute, eben durch das Elektronische und durch die Quotenmaschinen ist es so fair geworden. Also der Privatanleger kann wirklich, er kann fast nichts mehr falsch machen. Also zumindest in Bezug auf Misspricing etc. Dass es irgendwo schlechte Preise gibt oder sowas. Das ist in den liquiden Titeln fast nicht mehr möglich. Wir haben im Vorgespräch auch viel über Compliance gesprochen. Ja. Ein Kleinanleger ist da nicht gebunden. Ist das mittlerweile ein Vorteil, dass man ein Kleinanleger ist? Also Compliance, würde ich jetzt nicht sagen, also Compliance, jetzt hier in Deutschland ist es ja teilweise wahnwitzig, was hier an Compliance vonstatten geht, auch was Handelseinschränkungen angeht, auch die Steuergeschichte mit der Verlustbegrenzung. Jetzt die Diskussion, ob Futures, Margin, Nachschutzpflichtig etc. All diese Diskussionen sind mühsam, wo in anderen Ländern gibt es das gar nicht. Und die Leute werden hier so stark reguliert, so extrem reguliert. Man hat manchmal das Gefühl, dass die Regierung tatsächlich will, dass die Leute beide ihr Geld auf dem Sparbuch halten und sich eben nicht um ihre eigene Altersversorgung zum Beispiel kümmern oder um ihre eigenen Investments und sich ein vernünftiges Aktienportfolio oder ein ETF-Portfolio oder irgendwas aufbauen. Es wird einfach extrem, meines Erachtens, überreguliert. Man muss sich ja mittlerweile darum kümmern, wo man das Geld anlegt. Früher hätte man ja einfach blind zur Sparkasse gehen können. Inflation war ja nicht so groß, Zinsen hat man auch gekriegt, dann hat man irgendwie einen Sparbrief gekauft. Also es ist ja jetzt Realität geworden, dass man sich teilweise wieder Willen mit der Anlagewelt auseinandersetzen muss. Ja, absolut. Ich meine, wenn man die Kultur in Amerika anschaut, dort ist jede Hausfrau, Handel, Aktien oder selbst Optionen. Warum? Weil die Börsen innovative Produkte gebracht haben. Also Mini-Futures, Micro-Futures und das Gleiche auch mit Optionen und das auf alle, mehr oder weniger alle Indizes und auf Aktien dort und die Leute offen an das Thema rangehen. Und es hat ja nur Vorteile, wenn sich die Leute selber darum kümmern und quasi sich ein Vermögen aufbauen. Man kann es auch so betrachten, dann liegen sie später dem Staat nicht auf der Tasche. Kann man ja auch. Und gerade, wenn man sich die Rentensituation, die Altersvorsorge-Situation hier in Deutschland anschaut, dann wäre es ja nur wünschenswert, wenn die Leute sich noch ein bisschen nebenher was aufbauen, damit sie genug später genug Geld haben, um sich einen komfortablen Lebensabend zu leisten. Also wenn Olaf Scholz Nachhilfe braucht, dann bist du bereit für den Anruf, ja? Sehr gerne, ja. Du hast Market Maker, warst du, aber Prop Trader warst du auch. Kennst du den Leuten was erzählen über Propriety? Ja, Prop Trading ist ein Unterschied, also Eigenhandel, dort ist es so, dann hat man quasi ein Limit oder beziehungsweise ein Buch und darf im Prinzip sich in den Instrumenten bewegen, in denen man möchte. Das heißt, ich muss nicht wie beim Market Making sagen, okay, ich habe jetzt nur die Nokia und die Eriksen und die Mannesmann oder irgendwas, sondern ich kann sagen, aha, ich möchte jetzt lieber gerne auch ein bisschen Index mit reinmischen, möchte das kombinieren vielleicht noch mit zwei, drei anderen Aktien, habe also ein gesamtheitliches Buch, was ein gewisses Limit hat, eine gewisse Geldlinie und eine Risikolinie dementsprechend, logischerweise und kann mich darin aber frei bewegen und muss auch keine Liquidität zur Verfügung stellen. Ich kann, ich muss aber nicht. Das heißt, es ist mehr eine Art Fondsmanagement, aber im Trading-Bereich, ja, ich kann mich bewegen, wo ich will, kann handeln, was ich will und muss einfach am Schluss vom Jahr der Bank oder dem Handelshaus eben einen ordentlichen Gewinn abliefern, soweit möglich. Das heißt, du bist nur deinem vorgesetzten Rechenschaft schuldig, der das Risiko jeden Tag bündelt, ja? Ganz genau das. Und haut er da einem direkt auf die Finger oder hast du dann so eine Auszeit gekriegt für eine Woche oder willst du mal schief gehen? Nee, nee, also das ist nicht so. Natürlich, das Risk-Management hat immer mehr, wie soll ich sagen, ist immer besser geworden, auch durch die Elektronensysteme. Früher war es tatsächlich so, dass man, wenn man ans Limit oder an die Risikorichtlinie kam, wenn man zum Chef gegangen ist und hat gesagt, hier, pass auf, so ist es, was soll man machen? Und dann hat der eben gesagt, reduziere ein bisschen oder mache weiter oder ich erhöhe das Limit, hat es unterschrieben, was auch immer. Mittlerweile, dadurch, dass wir in den vergangenen Jahren ja auch zwei, drei schlimme Fälle von ein bisschen krimineller Energie in diesem Bereich hatten, ja? In Frankreich hatten wir es mal und dann für Kurse mit London, also das ist für Kurse auch schon ein paar Jahre her, wo wirklich Milliardenbeträge da, wie soll ich sagen, verschleiert und dann verloren wurden, was natürlich auch nur mit ein bisschen krimineller Energie überhaupt machbar ist, ja? Also das heißt, das System wurde hier ein bisschen ausgehebelt. Dementsprechend ist es auch so, dass diese Limite oder dieses Prop-Trading immer mehr runtergefahren wurde, weil die Banken das Risiko rausnehmen wollen, ja? Und dementsprechend ist es nicht mehr so groß wie früher, ja? Das gibt weniger Freiheiten für die Händler, immer mehr, das Korsett wird immer enger, würde ich mal sagen. Das ist der Hintergrund der Geschichte. Also völlig anders wie früher. Das heißt, wenn man das machen möchte, was du damals gemacht hast, dann kann man das heutzutage eher als Privatmann machen als in der Bank. Ja, vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, vor allem in der Größenordnung muss man schon ein wohlhabender Privatmann sein, aber wie soll ich sagen, das eigentliche Prop-Trading gibt es immer weniger, meines Erachtens. Also von dem, was ich noch so mitkriege, ich bin jetzt auch schon ein paar Tage raus aus dem Geschäft, aber natürlich spreche ich noch mit den Leuten, aber das ist nicht mehr wirklich das, was es mal war. Ja, wir haben über das Plain-Level-Field gesprochen, was so Handelsplattformen etc. angeht, aber was Informationen angeht, dank Internet und dank Menschen wie dir, kann auch der Kleinanleger an Informationen kommen, an gute Informationen. Was würdest du sagen, in den Jahrzehnten an Börsenerfahrungen, die du hast, was macht so der durchschnittliche Kleinanleger überhaupt nicht, was er machen müsste? Was er machen müsste, also ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich Disziplin. Das ist ja diese alte Story. Gier und Angst sind tödlich und viele Leute sind sich auch der Risiken, die sie eingehen, meines Erachtens nicht richtig bewusst. Warum ist das so? Weil sie sich nicht mit den Systemen beschäftigen, die zur Verfügung gestellt werden. Jetzt gerade im Fall von Interactive Progress haben wir dieses wunderschöne Tool, diesen Risk Navigator. Und gerade wenn man sich im Derivate-Bereich, auch im kleineren, im Privatkundensektor bewegt, ist es sehr, sehr wichtig, meines Erachtens seine Risiken zu kennen und zu wissen, was man tut. Und das ist oftmals, was ich so erlebe, so im täglichen Doing, dass die Leute sich da, also meines Erachtens nicht genug damit beschäftigen. Und ich rate denen immer, hey, schaut das genau an. Wenn ihr euch in dieses, wie sie sagen, Haifischbecken begebt, dann ist es als Goldfisch schwierig. Da sollte man zumindest ein Babyhais ein, um mal abhauen zu können. Also dementsprechend mehr Risikomanagement sich damit zu beschäftigen. Wer dafür keine Zeit hat oder keine Lust hat, soll sich vielleicht eher auf ein ETF-Portfolio oder so beschränken. Wo man sich nicht so viel kümmern muss, kann man Sparplan mäßig sich ein ETF-Portfolio, gibt es wunderbare Seiten mittlerweile, aufbauen und das ist auch gut. Gier und Angst hast du angesprochen bei den Kleinanlegern. Emotionen im Ganzen. Es gibt ja so viele Anleger, die haben irgendwie eine Trading-Idee oder eine Anlage-Idee und dann sind sie emotional gebunden an die Aktie. Ist das schon so ein Fehler, sind das nicht Wahrscheinlichkeiten immer? Das kann auch die beste Aktie, kann mal in die Hose gehen, oder? Ja, natürlich. Klar. Bestes Beispiel Wirecard ist von allen möglichen Analysten als Top-Aktie analysiert worden. Das Ergebnis haben wir gesehen. Auch das kann es geben, ist natürlich ein Extrembeispiel. Aber grundsätzlich bin ich immer für Diversifikation. Es gibt eine wunderbare Investment-Pyramide oder eine Anlage-Pyramide. Das kann man googeln. Und dort ist wunderbar aufgeschlossen, wie man sein Vermögen anlegen kann. Das heißt, unten ist ein sehr breites Fundament, wo möglichst, wie soll ich sagen, konservativere Anlage-Werte drin sind. Und dann je spitzer die Pyramide wird, desto risikoreicher kann man werden. Der Hintergrund der Geschichte ist, wenn oben in der Spitze, um es mal, jetzt handel ich halt Bitcoins oder irgendwas, ja, was ein Hochrisikoprodukt. Aber wenn mir das kaputt geht, ist es nicht schlimm, weil ich habe hier unten das breite Fundament. Ja, und das ist vielleicht ein wirklich wichtiger Hinweis oder der Tipp für Privatanlieger. Schaut euch diese Investment-Pyramide an und baut euer Portfolio zumindest halbwegs nach diesem Prinzip aus. Das macht Sinn. Nee, das könnte man einfach sagen, okay, Wirecard hat in meinem Depot nur 0,3 Prozent ausgemacht und selbst wenn es tot ist, macht mir nichts. Aber ich wette, Herbert Thomas arbeitet mit Stops, oder? Bedingt, bedingt. Das ist so, dass mein, also Stop, Thema Stop ist interessant, kann ich vielleicht was dazu sagen. Viele Leute sind der Meinung, dass Stops garantiert sind. Dem ist nicht so. Ja, also eine Stop-Order ist sowohl eine Stop-Limit-Order als auch eine Stop-Market-Order hat keine Ausführungsgarantie. Und zwar ist es so, eine Stop-Limit-Order, um damit vielleicht anzufangen, ist, wenn ich die Order reinlege und der Stop wird getriggert, dann wird mein Limit in den Markt gelegt. Wenn aber der nächste Kurs wesentlich tiefer ist, ja, aus irgendeinem Grund, dann steht einfach meine Verkaufs-Limit-Order eben im Markt, in der Luft. Bei der Market-Order, selbst dort, ist es so, in einem Extrembeispiel natürlich, passiert das Gleiche, der Stop wird getriggert, eine Market-Order wird ausgelöst. Jetzt ist aus irgendeinem Grund, was sehr unwahrscheinlich ist, aber möglich, ein extremes Gap und der Handel wird ausgesetzt aus dem Instrument und dann steht die Market-Order da drin und wird erst nach der Handelspause, nach der sogenannten Volatility-Interruption ausgeführt. Ist sehr hypothetisch, unwahrscheinlich, aber ich will damit nur sagen, Stop-Orders sind nicht sofort garantiert. Das ist da ein bisschen schwierig. Im Optionsmarkt rate ich von Stops grundsätzlich ab. Es gibt ein paar wenige Instrumente, wo man dort mit Stops arbeiten kann, zum Beispiel im SPX oder im SPY, das ist der kleine Bruder. Dort ist die Liquidität so extrem hoch, dass man das machen kann. Aber selbst bei den DAX-Optionen würde ich nicht mit Stops arbeiten. Das ist schlicht und ergreifend zu gefährlich. Bei liquiden Aktien und auch in 90 Prozent aller Fälle werden Stop-Orders auch immer ausgeführt. Aber man muss trotzdem darauf hinweisen, dass dieses Risiko besteht. Ganz wichtiger Punkt. Gehen wir mal von Stops weg, aber was ich sagen wollte ist, hättest du Wirecard im Depot gehabt, dann hättest du nicht zugeschaut, bis das so Depot-Leiche wird, sondern hättest dich irgendwann getrennt, oder? Ich hätte wahrscheinlich ein paar Putz gehabt vorher. Das ist generell so. Bei allen Positionen, die ich privat fahre, ich habe immer ein Optionsgerüst drumherum. Also immer so ein, um es mal bildlich darzustellen, so einen dauerhaften doppelten Boden, der mich da schützt. Und dazu mache ich noch ein bisschen was anderes so, dass mir dieser doppelte Boden noch finanziert wird. Also das sind relativ einfache Konstrukte, die man im Optionshandel da machen kann, die effizient sind. Und man schneidet sich zwar ein kleines bisschen von seiner Rendite ab oder von einer möglichen Rendite, aber man kann eben ruhig schlafen. Also würdest du dich bezahlen, dass du mehr konservativ und gediegen unterwegs bist? Ganz genau. Ich bin mehr der Langweiler. Also du versprichst keine 100% Rendite? Nein, nein, nein. Gott sei Dank. Das mag möglich sein in manchen Produkten. Und ja, wenn man vielleicht einen Lucky Punch hat irgendwo. Aber wie soll ich sagen? Ich persönlich bin mehr der Langweiler. Und ja, ich habe es ja auch bei mir auf der Homepage da. Zielrendite ist 1% im Monat im Musterportfolio. Und das ist auch in Ordnung. Wenn man das dauerhaft fahren kann, ist das vollkommen okay. In meinen Augen wäre natürlich. Man muss dazu auch sagen, wer eine höhere Rendite will, muss bereit sein, ein höheres Risiko in Kauf zu nehmen und braucht halt eine höhere Schmerzgrenze. Womit wäre eigentlich beim Alter wäre. Du bist jetzt nur mit 1% Rendite, bist du so im Warren Buffett Niveau, würde ich mal sagen. Würdest du sagen, jemand, der jung ist, gerade Ausbildung beendet hat, der kann ruhig einen Gang zuschalten? Ja, also je nach Persönlichkeit. Ja, wie soll ich sagen, nach persönlichem Risikoappetit. Und natürlich ist die Gefahr oder wie soll ich sagen, der Druck auch am Anfang ein bisschen größer. Logischerweise, wenn man weniger Kapital zu Verfügung hat und will sein Portfolio aufbauen, ist man fast gezwungen, ein bisschen mehr Risiko einzugehen, damit es in Anführungsstrichen schneller geht. Aber die Kehrseite der Medaille ist eben, dass es halt auch mal schief geht. Also natürlich, wenn man jünger ist, kann man vielleicht ein bisschen mehr riskieren, weil man mehr Zeit hat, es auch wieder aufzuholen, in Anführungsstrichen, wenn man es so sagen will. Aber grundsätzlich, wenn man schaut, wenn man dauerhaft eine Rendite erzielt von, eben bleiben wir bei einem 12% im Jahr, nach Kosten, dann ist es einwandfrei. Mit dem Zinseszinseffekt etc. Super Sache. Das muss gar nicht mehr sein. Würde bedeuten, jemand, der 10 Millionen hat, zu dir käme, dem würdest du sagen, halt mal den Ball flach, besser mal hier Kapital erhalten und eine ordentliche Rendite im konservativen Bereich einfahren, als direkt für 10 Millionen Tesla-Aktien zu kaufen. Das ist so. Genau. Eine vernünftige Diversifikation, ein konservatives Portfolio, was gehedged ist und was eben den täglichen Lebensstil oder das, was man halt braucht, so finanziert, wie es der Kunde möchte. Und was so die Privatanleger angeht, wir haben ja Emotionen, um daran festzuhalten. Man ist ja irgendwie verheiratet mit der Analyse, nur bei den Kleinanlegern. Man möchte ja unbedingt, dass die Aktie das macht, was man möchte. Siehst du das bei dir, das kratzt dich nicht, du hast halt nicht nur ein Trade, sondern hast so eine Serie von Trades. Wie würdest du das bei dir? Also das Portfolio ist so, die Analysearbeit ist einmal gemacht im Prinzip. Also die Aktien, die bei mir im Portfolio sind, die habe ich einmal angeschaut, nach gewissen Kriterien und habe die ausgewählt und bei denen bleibe ich auch. Natürlich schaue ich die schon dauernd an, oder ob sich was ändert. Aber vom grundsätzlichen Portfolio-Modell ist es einfach so, dass es Einkommensstrategien gibt und Investitionsstrategien. Und das, was aus den Einkommensstrategien erwirtschaftet wird, fließt eins zu eins in das Investitionsportfolio. Das heißt, die Cashquote im Gesamtportfolio bleibt immer gleich, aber die Aktienquote steigt. Und das ist im Prinzip das Modell, wie ich es war. Und dementsprechend macht man sich mehr oder weniger einmal die Arbeit. Das andere ist dann mehr oder weniger Fließbandarbeit. Also so betreibe ich es. Das heißt nicht, dass es der heilige Kral ist, aber für mich ist es zufriedenstellend so. Im Vorgespräch haben wir uns unterhalten, was die Kleinleitiger auch nicht machen, oder wenig Ahnung von der Reparatur von Trades, Trade Management. Kannst du da ein paar Worte drüber erzählen? Ja, ganz wichtig. Wird eigentlich nirgends geschult. Oder mir ist es nicht bekannt. Dazu ist es halt wichtig, dass man gerade, wenn man sich im Derivatebereich bewegt, im Optionsbereich wie auch im Futuresbereich, dass man sich mit den Griechen auseinandersetzt. Die Griechen sind nun mal die Risikomessparameter, in denen wir uns bewegen. Das ist so, man kann nicht das Anbeleihen, also sprich die Aktie oder den Future alleine sehen, sondern muss eben auch das Drumherum sehen und muss verstehen, wie sich eben die Griechen miteinander als auch einzeln verhalten. Und dazu, da kommen wir auch wieder zurück auf den Risk Navigator, um den kommt man im Prinzip nicht drumherum. Jetzt sind wir wieder bei Optionen. Wir sind noch nie drauf eingegangen. Einfach so, es ist klar, dass der Herbert Thomas so Derivaten macht. Aber erklär mal, Derivate, Optionen, worüber sprechen wir hier eigentlich? Ja, Optionen, lantainisch oder beziehungsweise Schulbuchdefinition von der Option ist das Recht, ein gewisses Gut zu einem gewissen Preis, zu einem gewissen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Da sprechen wir von Call-Optionen und Put-Optionen, Call-Optionen, wo kommt das her? Vielleicht einfacher Begriff oder einfache Erklärung. Call something from somebody, also das ist von der Börse und put something from somebody. Und im Deutschen hat man früher gesagt, Kaufoptionen und Verkaufsoptionen, aber das ist schon von der Terminologie her oder vom Aussprechen kriegt man schon einen Zungenknoten. Deshalb Calls und Puts ist wesentlich einfacher. So, und mit diesen Instrumenten kann man eben ein sehr konservatives Portfolio-Management im Zusammenhang mit dem Underline gestalten. Und das ist das Schöne dabei, wenn man eben das Underline, also sprich die Aktie oder Futures oder was auch immer hat und die Optionen. In den ganzen, oder wenn man in der Presse so ein bisschen liest, ist Derivate oder Optionen immer Teufelszeug. Steht auch immer in den Aufklärungsheftchen, die Pflicht sind von der BaFin, besondere Risiken im Effektenverkehr, wo dann immer so groß Fett drinsteht. Sie können alle ihr Geld verlieren, alles Teufelszeug. Durchaus richtig, wenn man nicht weiß, wie man damit umgeht, beziehungsweise wenn man es in Anführungsstrichen falsch einsetzt. Aber die Kombination aus Optionen und dem Underline und der Aktie ist konservativer als die Aktie selbst. Und das ist das Schöne. Ich kann euch nur jedem empfehlen, wer Zeit und Lust dazu hat, beschäftigt euch damit. Es wird euch helfen. Und du hast deine Ausbildung bei Optionen in den USA gemacht, weil du hast es am Anfang gesagt, es sind ja Jahrzehnte uns voraus, was das angeht. Bei uns sind ja Optionsscheine und Optionen, viele vermengen das ja. Ja, das ist richtig. Das frage ich auch ganz gerne in Schulung. Hey, hat schon jemand Optionen gehandelt? Und dann, ja, ich habe schon Optionsscheine. Hier muss man ganz klar den Unterschied sehen. Eine Option ist ein Recht, also im Prinzip heiße Luft. Ich habe ein Recht, was zu tun. Oder eine Pflicht, je nachdem, wenn ich die Short-Seite habe, während ein Optionsschein ein Wertpapier ist. Und ein Wertpapier, das wird begeben von einem Emittenten und dementsprechend hat man auch ein Kontrahentenrisiko. Also Stichwort Lehman. Ja, schon länger her. Ja, aber das ist oder eine der gravierenden Unterschiede von einem Optionsschein zu einer Option. Die Option wird von der Börse begeben und die Börse ist auch der zentrale Gegenpart, der Central Counterparty. Alle Geschäfte in den Optionen werden von der Börse garantiert. Also die Erfüllung wird garantiert. Dafür hinterlegen wir Margin. Das ist diese Sicherheitsleistung, die wir hinterlegen müssen. Das kann in Form von Bargeld sein, in Form von Aktien, in Form von Staatsanleihen. Was auch immer. Aber die Börse garantiert dafür, dass alle Trades erfüllt werden. Bei den Optionsscheinen ist das eben nicht so. Wenn ich hier ein Kontrahentenrisiko habe und der Kontrahent, also sprich die emittierende Bank oder das Handelshaus geht pleite, habe ich ein Problem. Das Weitere ist einmal das Pricing. Wie wir schon gesagt haben, an der Börse, sprich an der Eurex oder auch an der CBOE, CWOT, CMI, ist egal, gibt es eine extrem hohe Liquidität. Es gibt ein Marketmaker-System. Das ist alles top. Während beim Optionsschein ist der Marketmaker nur für seinen Optionsschein, also der Emittent, zuständig. Das heißt, der unterliegt A, nicht den gleichen Regularien wie ein Marketmaker an der Börse und er kann auch die Preise verändern in einem Rahmen, wie er das möchte. Natürlich auch nicht undimitiert, aber viel freier. Das heißt, hier ist ein faires Pricing doch sehr schwieriger darzustellen als an der Börse. Das sind also wichtige Punkte. Ja, wir wollen nicht alles vorwegnehmen. Wir haben noch einen zweiten Teil für das Interview was Optionen angeht. Wenn wir schon so viele Jahrzehnte an Erfahrung vor uns haben, müssen wir das mal nutzen. Aber ist es fair zu sagen, dass die Deutschen mit Optionsscheinen so mehr das Zocken verbinden und Optionen können total, wie du sagst, konservativer als eine Aktie sein? Ja, in Verbindung. Ja, natürlich. Optionsscheine ist noch ein anderer Unterschied. Wir kennen nur zwei Positionen und bei Optionen haben wir vier. Das ist auch so ein wichtiger Unterschied, was viele verwechseln. Das Zocken an sich würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, sondern für Optionsscheine gibt es mehr Marketing. Also es gibt wunderschöne Diagramme in den Tageszeitungen, teilweise in dem Finanzbereich. Da gibt es die und die Scheine und so weiter. Also bei uns in der Schweiz ist da Fonthobe sehr groß drin. Die machen vor allem auch Zertifikate, strukturierte Produkte in allen Formen. Da haben wir wunderbar Werbung und alles und verkaufen es dem Kunden als ein einfaches Produkt. dementsprechend. Ja, dementsprechend. Also wie gesagt, Optionsscheine, himmelweiter Unterschied zu Optionen hat nichts außer dem Namen miteinander zu tun. Ja, spätestens beim Webinar von Herbert Thomas werden die Zuschauer das erfahren, also unbedingt unten anschauen und mitmachen. Ja, da wird man allerhand lernen sein dürfen. Du hast Fonthobe angesprochen, Institute an sich, du warst bei sehr vielen. Gibt es da Unterschiede, was Länder angeht, aber auch als Institut, was die Kultur angeht, würdest du das sagen? Ja, es gibt auf jeden Fall himmelweite Unterschiede. Und sicher, ich war aber ein paar verschiedenen Unternehmen, aber der Hintergrund dafür, es war nicht über der gleiche Job, sondern ich habe gesagt, ich möchte gerne alle Seiten vom Tisch kennenlernen. Und also das heißt, ich habe als Broker gearbeitet, und dann eben Market-Making, Brobtrading, immer unterschiedliche Situationen, bis zum Schluss halt Vorstand von einer kleinen BPP-Handis-Bank in Frankfurt. Aber die Voraussetzung dafür war eben zu wissen, was passiert an jeder Seite vom Tisch, was ist der Hintergrund? Und das ist sehr, sehr wichtig. Kulturelle Unterschiede, ganz klar, immer noch bei den Englern, das ist einfach, wie soll ich sagen, ein bisschen eine andere Mentalität und bei den Amerikanern, bei den Deutschen ist es mehr so ein bisschen gesetzter, ein bisschen konservativer und die Amerikaner sind ein bisschen freier, so würde ich es mal definieren. Risk on. Risk on, genau. Und du selbst hast ja bestimmt auch allein gelernt auf deiner jahrzehntelangen Reise. Wo bist du denn persönlich besser geworden? Was hast du für Learnings rausgenommen? Eine ganze Menge. Also das Wichtigste ist natürlich auch Disziplin. Ich meine, ich war ja auch mal jung und wie soll ich sagen, die jungen Wilden. Und dementsprechend hat es da auch mal verrissene Hosen gegeben und blutige Nasen. Das ist halt so. Das kann man auch gar nicht schönreden. Da muss man einfach durch als Händler. Man muss es verkraften können, wenn es mal weh tut. Aber wichtig ist einfach, die Disziplin zu haben. Hey, pass auf, ich muss meine eigenen Fehler erkennen. Was habe ich falsch gemacht? Analysen, Krönchen aufsetzen, Staub abschütten, weiter geht's. Ja, das ist wichtig. Und man darf nicht den Kopf in den Sand stecken. Und natürlich, vom Handel her mittlerweile, ist es wesentlich nüchterner, also eigentlich emotionslos, eiskalt. Weil in dem Moment, wo ich verstehe, wie die verschiedenen Mechanismen miteinander funktionieren, ist es mir völlig egal, was der Markt macht, sondern ich muss mein Portfolio sehen und meine Griechen, ich muss sagen, okay, jetzt die Situation so, jetzt muss ich das so machen, damit es funktioniert. Punkt aus. Da gibt es keine Diskussion. Das ist das Schöne. Also, man muss eiskalt sein dabei. Ja, ich habe mal einen Funden, ich komme jetzt nicht auf den Namen, es gibt so einen Japaner, der so eiskalt, ich meine, Japaner haben eben ein bisschen weniger Emotionen. Muss mal einblenden hier, wie der Gute Mann heißt. Aber eine Analyse von Fehlern beinhaltet ja, dass man tatsächlich eine Analyse macht. Und Aufzeichnung hat. Würdest du da Ihrem Privatanlänger sagen, ey, Trading-Journal unbedingt machen? Ja, am Anfang definitiv. Auf jeden Fall. Bis man mal eine gewisse Routine hat und bis man reinkommt, ist sehr, sehr hilfreich. Definitiv. Sag ich auch in den Entschuldungen immer, macht das am Anfang zumindest. Schreibt auf, warum und wieso, habt ihr das gemacht? Das muss nicht ein Roman sein. Einfach nur kurze Stichpunkte, um einfach ehrlich zu sich selbst zu sein und sich die Sachen nicht schönreden. Also es gibt ja so ein paar lustige Trading-Fun-Rules, wo wir die Leute so ein bisschen hochgenommen haben, so if you're in trouble, double und so Geschichten. Also alles Blödsinn natürlich. Aber man muss einfach wirklich am Anfang schauen, wenn ich mich in ein Geschäft reinwaage, wo ich noch nicht so richtig fit bin, mit kleiner Stückzahl vor allem. Ja, also nicht gleich Riesenstückzahlen fahren, die nicht risikokonform zum Konto sind, wie der Thema Marginnauslastung, sondern mal klein anfangen, dass selbst wenn es schief geht, kann nicht viel passieren und es tut auch nicht weh. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Emotionen in Verbindung mit Trading-Journal oder Plan, würde ich das eher nennen. Man hat ja den besten Plänen, aber wenn man im Trade drin ist, dann greifen die Emotionen, oh, was mag der Markt, der Experte hat dies oder jenes gesagt, ich habe zwar den Stopp gesetzt, aber der wird ja gleich gerissen, dann setze ich mal wieder nach unten. Würdest du sagen, dass man auch einen Plan haben sollte und den einhalten? Ja, regelkonformes Handeln ist ganz wichtig. Und wir machen das ja auch so in unserem Signaldienst, da gibt es keine Emotionen, da gibt es zwei Zustände, entweder der Trade wird mit Gewinnen geschlossen oder er wird eben ausgestoppt und Stopps werden noch nicht verändert. Das ist ein Punkt, in dem Moment, wo man in einen Trade reingeht, muss man vorher wissen, wo gehe ich raus und wie gehe ich raus. Das ist der Trading-Plan und den muss man dann natürlich auch so umsetzen. Also nicht wie früher an der Börse bei Erreichen streichen, sondern durchführen. Bist du dann mit dir selbst zufrieden, wenn du gehst einen Trade rein, Börse geht in deine Richtung, geht nicht auf, aber du hast einen Verlust realisiert, hast aber dein Plan eingehalten, ist das für dich dann vom Prinzip her besser, weil der Trade gut gelaufen ist, weil du alles eingehalten hast, statt irgendwie so einen Glücksgriff und dann hast du mal 7% mitgenommen? Ja, definitiv, weil das andere, eben, du sagst das Glücksgriff, in dem Moment, wo ich von meinem Regelwerk abweiche, laufe ich Gefahr, in eine Zocker-Mentalität zu kommen. Und das ist dann wirklich, dann kann ich auch ins Casino gehen, da habe ich eine 50-50 Chance. Ne, wir haben in Einzel-Trades oder in, wie soll ich sagen, in Aktien ist das so, wie du beschreibst, durchaus in dem Moment, wo wir wieder Optionen oder Derivate machen, haben wir immer die Möglichkeit, Trades zu reparieren. Wir können das ändern oder durch kleine Handgriffe die ganze Richtung vom Portfolio verändern. Also ich sehe es immer ganz gerne als gesamtheitliches Programm, nicht nur als einen einzelnen Trade. Wenn ich jetzt eine Siemens-Aktie kaufe, und die geht halt runter, okay, dann muss ich irgendwann auslaufen, zum Beispiel. Ich könnte aber auch einen Put kaufen oder ich könnte einen Call draufverkaufen oder was auch immer. Es gibt ja viele Wege für nach Rom. Man muss sich nur ein bisschen damit beschäftigen. Aber grundsätzlich ist es so, ich würde mich besser fühlen, um die Frage zu beantworten, wenn ich einen Trade ausgestoppt hätte. Ich sehe das immer so gerne, als Anleger hat man so seinen Werkzeugkoffer, wo man sich wohlfühlt, was man da macht. Und Optionen sind für mich einfach ein weiteres Werkzeug da drin. Und selbst wenn man nicht regelmäßig mit Optionen handelt oder Stillhaltergeschäfte macht, etc. Aber so einfach eine Hinterhand haben, auch so große Depots, wenn man so Aktien hat, wieso noch nicht ein bisschen Zusatzrendite mit ein bisschen Optionen? Genau. Nicht nur Zusatzrendite, mögliche Zusatzrendite, sondern auch weniger Risiko. Das ist ja das Schöne dabei. Wir können eine Portfolio-Struktur mit Optionen oder auch mit Futures beliebig so verändern, wie wir sie denn haben wollen. Das ist das Schöne dabei. Natürlich die Kehrseite der Medaille, wir beschränken vielleicht unsere möglichen Gewinnen ein bisschen. Das mag sein. Aber wir nehmen auch deutlich das Risiko raus. Und das kann man eben tailor-made machen. Also genau, wir können jedes Portfolio mit den Instrumenten, die wir haben, so bauen, wie es dir gefällt oder wie es dem Kunden gefällt. Exakt so. Natürlich nicht null Risiko, 100% Profit, das geht nicht. Aber in einer gesunden Ausprägung, so, dass es wirklich Hand und Fuß hat, das machen wir im institutionellen Bereich nur so. Also gerade, was Fonds angeht, immer mehr Fonds verwenden auch Derivate, immer in einem größeren Ausmaß. Pensionskassen genauso. Andere Institutionelle auch. Also der Anteil wächst da deutlich. Ja, aber ich glaube, viele Zuschauer würden ja da zustimmen. Die werden eigentlich, die brauchen nicht die 100%, die ihnen da versprochen werden. Die wären dann glücklich, wenn sie ein bisschen abgeben für eine Versicherung in Form von Optionen. Und damit fahren sie auch ganz gut. Absolut. Vor allem ist es ja so, man kann es so konstruieren, dass die Versicherung nicht mehr was kostet, sondern sogar noch ein bisschen was bringt. Da gibt es auch wunderschöne Konstrukte. Mache ich für mich selbst auch. Ja, eben. Wie schon gesagt, ich schneide mir ein bisschen Rendite ab. Ist aber ja gar nicht so schlimm. Es tut gar nicht so weh. Ja, also noch einmal aufgepasst. Das Webinar unten verlinkt. Auf jeden Fall anmelden. Und hast du dann auch irgendwie eine coole Story? Eine lustige vom Parkett irgendwas? Ja, also wir haben früher ein Parkett, immer an Fasching, haben wir lustige Sachen gemacht. Da haben wir dann Gummibärchen gehandelt oder Überraschungseier und so. Und die mussten dann wirklich geliefert werden. Das war der Gag bei der Geschichte. Also wir haben schon auch Blödsinn gemacht. Ja. Oder was auch extrem lustig war, werde ich auch nie vergessen, die Börseneinführung von Beate Use. Da waren wir alle auf dem Parkett. und die Verona Feldbusch hat sich da oben auf der Reling da geregelt. Wir haben Tränen gelacht. Also ich meine, das sind so Highlights, die vergisst man einfach nicht. Wir haben uns doch alle dann eine Aktie ausliefern lassen, seine Zeit. Hängt heute noch bei mir im Büro. Ja, das sind einfach lustige Geschichten. Das gehört halt auch dazu. Es ist nicht alles nur Bierernst. Vielen Dank, Herbert. Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank.